Juhu und alle Willkommen zurück zu NETZTGARADORS VS KAMPFSAIL immer noch dabei ist, aus Nexty zurückgeholt! Nintoia, Juhu, Runde 3! Yay, im letzten Part haben wir die Drachen besiegt! Die bösen Drachen! Die bösen Drachen, oh Gott, und die hätten öfters mal einfach Erdbeben drücken können, aber es ist nicht so schlimm, man hätte aus Federn. Und jetzt kommt nochmal! Genau. Willkommen, KAMPFSAIL, steht einzeln... Ja, komm, hier, immer noch Einzelkampf. Nimmt immer noch unser krasses Gara-Lass mit. Was mir gerade so einfällt, also tendenziell könnte ja bei Flug-Pokémon auch ein paar Drachen-Pokémon dabei sein, wollte ich mal sagen. Ja, gut. Das ist halt immer das Problem. Gemixt kann es ja dann immer sein. Deswegen ist ja Flug auch nicht als letztes dran. Bitte hier ein Klack. Bam, bam, bam. Ja, könnte man in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt findet. Also super. Also einfach... Was... Was war das für eine Frage? Ja, also... Innovativ. Und gebildet. Ich möchte offensichtlich jetzt gegen die Normal-Pokémon antreten. Yay! Man unterschätzt die Normal-Pokémon gerne, aber die sind richtig böse. Das ist die Anspannung, wenn ich nur einfach nach Hause gehen würde, dann geh nur nach Hause und denk, hängt mir den Sieg. Ich hoffe, es kommt irgendetwas Einfaches wie Taubsi. Das könnte demnächst ja passieren. Ratzfatz, okay. Ratzfatz. Close enough. Ja, ich denke, wir drücken hier einfach mal Wasser-Attacke und so. Bam. Step und so. Aber aufpassen, das kann Hyper-Zahn an diese richtig böse Attacken. Das heißt, wir drücken jetzt Kaskade. Aber jetzt ist ja erst Level 30. Yeah, ich denke mal nicht, dass das Kaskade tankt, also das wäre... Oder es hat den Fokus-Gurt. Ein bisschen böse Fokus-Gurt. Ey, also Level 30 hat es schon Fokus-Gurt. Please. Das ist eine Viertaktik, dann mit diese Attacken, die Attacken, die... Ja? Wie heißt denn die Attacke? Welche Attacke? Es gibt eine Attacke, die quasi den Gegner genauso viele Level macht, die man selber hat. Und dann drückt man auf Octo-Kicker nach. Ah. Viertaktik. Aber ich mag gegen jemanden angehen. Die Taktik. Die böse Taktik. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie Attacken die heißen. Ich weiß, wie es auf Englisch heißt. Aber ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß es gerade auch nicht. So. Oh Gott, die hat ganz viele Mobiles mit einem P. Pi. Sparky Sparky. Das sollte uns auch nichts tun können. Metronom. Bam. Geofrisur. Und das hat keine Mögen, weil ich ein Level höher bin. Das ist ja lustig. Haha. Super random Fall. Wenn es dann noch Drift. Ich glaube, das hatte ich mal. Irgendwann hatte ich das mal. Metronom. Geofrisur. Drift. K.O. MVP down. Das ist aber, glaube ich, echt gut. Ich glaube, das würde ich dann sogar lachend akzeptieren. Ich meine, ich spiele ja gar nicht das. Was soll's? Ich lasse dann halt so, fuck this shit. Immer noch so ein Erlebbeleber. So. Bam. Kampf Nummer 3 bin ich bereit auf jeden Fall. Ich möchte immer noch gegen Normal kämpfen. Bum. 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 Wie lange muss ich noch auf einen guten Trainer warten? Hier bin ich! Ich habe ein shiny Garados, das ich nach mir bedankt habe. Und jetzt verlieren wir so. Ja, gegen schönert Ardina. Mit einem Porenta. Eigentlich wäre ich ein Konter. Er ist gut. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Kaskade auch entspannt ausreicht. Werde ich mal lieber die Kaskade benutzen, ne? Ja. Pass auf, jetzt reicht's nicht und es kommt irgendein Crit zurück. Es trägt diese Laufstange und hackst mich die ganze Zeit nur weg. Ja. Pass auf. Genau das wird passieren. Das wird jetzt passieren. Fast. Close enough. Hätte ja sein können. Sieh mal an, das war ja schon mal nicht schlecht. Wirklich? You don't say. Nicht schlecht, wir haben halt gewonnen. Ja. Richtig bosshaft. Bam, Garados geheilt und so. Yay. Bin ich bereit, auf jeden Fall. Ich möchte immer noch gegen Oma kämpfen. Yay. Bam, 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 bam. Sei schüchtern, du kannst sie auf jede Art probieren. Ich glaube, die Sprüche wiederholen sich. Ich glaube, wenn es mal ab waren, die Sprüche richtig random. Ich glaube, wir haben auch. Blu. Jetzt wäre es vielleicht, ich denke, nein. Ähm. Wenn das Pokémon nicht dafür fertig ist, werde ich nicht riskieren, mich deine Kante zu drücken, weil es misst einfach. Steinkante misst. Ja, aber selbst wenn es misst. Wollen wir es riskieren? Ich bin dann gelockt darauf, also. Und das ist auch wieder wahr. Ich bin darauf dann gelockt. Also wenn es jetzt ein Tragoran kommt, okay. Steinkante. Mach ich. Aber sonst eher nicht. Misst ich, also erstmal misst ich dann die Steinkante, dann boostet sich mir Didi und dann dann will ich. Genauso wird das sein. Yay. So 100%. 100%. Siehe letzter Part. Gareth wurde komplett geheilt. Kopf Nummer 5. No. Mal. Eigentlich müsste ich dafür fast eine eigene Playlist anstellen, aber ich werde jetzt einfach mit alles in Gareth Blast dann nur reinmachen. Weil das die ultimative Playlist ist. Das ist genauso wie meine 4 Collection. Ich habe einfach 3 Spiele in eine Playlist getan. So gehört sich das. Ja. Hut Hut. Ich glaube Luxus Ball bringt auch nochmal extra Sparkle in das Sparkle. Ja, das. Echt? Ich glaube schon. Also wenn du so bei auskommst. Muss ich mal drauf achten. Dann kommt das normale Sparkle Sparkle vom... Ah, ich bin shiny. Die Bälle haben ja eigene Einwurf-Animationen. Hätte nicht so viel Angst vor Flug haben soll. Wobei es kann immer noch irgendwie sowas richtig Böses wie ein Geradax kommen. Oder halt. Weiß nicht. Kann gar mal. Ja, aber bis jetzt. Sieht das ja ziemlich... Es gibt halt einfach nur sehr sehr viele Normal-Pokémon, das vielleicht auch ein Vorteil für mich ist. Es gibt vielleicht so... Es gibt dann immer eine Handvoll Verstärken, aber die kommen dann halt nicht, weil es einfach mal... Keine Ahnung. Normal-Pokémon gibt es halt am meisten, kann das sein. Danach kommt glaube ich auch so. Aber... Boah, als ob ich sowas wissen würde. Kann der Meier nachschlagen. Ja. Es ist jetzt überhaupt rot wie Sparkle und dann Sparkle das nochmal wegen den Shiny. Hast du nicht drauf geachtet, ne? Ne, ich bin... Jetzt soll ich grad googeln, jetzt soll ich da wieder drauf achten. Ja komm, das haben wir doch ein paar Mal hier. Bam. Ich finde lustig ist, dass Dummesel ja so Attacken wie Ruhr holen kann, weil es ja Flügel hat und so. Aber es ist überhaupt nicht... gar nicht vom Chipflug ist. Yay, ich hab's gar nicht, der Dummesel wurde besiegt. Ja, wow, boah, ich hab mein Bestes gegeben, ich bereue nichts. Bam, 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 bam. Ja, aber das wird komplett geheilt. Oh Gott, der Monitor wackelt, wenn ich mit meinen Händen wackele. Steht nicht sehr stabil. Also steht englisch schon stabil, aber... Ja, egal. Was wollte ich sagen? Da sollte man keine Webcam drauf tun, das werbliche Zeitmonitor. Und? Was sagen die Recherchen? Die Recherchen sagen, ich recherchiere gerade. Es existieren 107 verschiedene Pokémon des Typen. Das klingt schon mal gut. Das klingt nach einigen. Oh, ein Dothri. Jetzt geht's lustig. Äh... Also der Typ normal hat schon mal die meisten Attacken. Ja, weil... Tackle, Urszug, Schieb, Silberpilch, Grutenschlag... Jedes... Fast jedes... Kekorimisch, fast jedes Pokémon den Normalattacken. Oh Gott, der Steinkampf wäre jetzt echt... Ah, Dothri hat keine gute Death. Puh. Also 107 gibt's auf jeden Fall. Das ist ja schon mal eine gute Zahl, mit der man arbeiten kann. Ja. Wenn ich sie alle besiege und dann noch 5 Elektro-Pokémon... Nein, und dann noch 5 rechtlich Pokémon drauflegen, hab ich... Ich hab... Ich muss mit meiner Tastatur ganz langsam schreiben, weil die ist mechanisch und das wird sonst laut. Ja, hab ich schon gehört. Aber es ist schlimm. Meine Zuschauer verkraften das. Ja, aber ich... Ich achte drauf, dass ich's nicht übertreibe. Die... 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 Ja. Ja. Ich bin ein Pokémon-Projekt, das sehen vielleicht 4 oder 5. Yay. Ich frage mich, letzte Zeit, wie lange ich wohl noch Shorts tragen werde. Denn es bin... Ich bin Jungster Joey mit ein... High-Pontentes-Rattes. Wenn's... Es wäre geil, wenn es jetzt einfach ein Radikal hat. Das wäre jetzt einfach nur geil, wenn es jetzt einfach ein Radikal hat. Ein Schwall war's. Okay, ich drücke Steinkante. Jaaaa... Doch noch Steinkante. Weil ich Walboss ist ein bisschen flotzig und so und ich treffe sogar das erste Mal. Kein Mist und so. Das ist sehr effektiv. Ich werde mich den Short Typen rufen, wenn ich älter bin. Wahrscheinlich schon. Ich bin auch alt und ich trage keine Shorts, ich trage Jeans. Nummer 9. Oh mein Gott, die Spannung steigt. Die Kämpfe gehen irgendwie ein bisschen flüssiger weg als die vom Typ Lachen und Elektro. Also das jetzt gerade geht echt flüssig. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen später nehmen sollen. Ich hätte Angst vor Blüten. Du hättest so Angst vor normal noch. Ja, also Angst ist echt. Ist ein Slow Black. Aber die Normaltypen sind meistens alle füßig. Da habe ich einen Bedroher. Ich hatte Angst vor einem Pokémon mit Umkehrung oder sowas, dass alles in Angriff steigt. Oh ja, das wäre nervig. Aber ich weiß nicht, ob es diese Fähigkeit überhaupt schon in der vierten Gen gibt. Ich nehme an, dass es wieder eine Aufgabe für mich. Ja. Google it. Oh Gott. Nein. Donnerschlag. Das hat einfach eiskalt getankt. Das sollte aber nicht reichen. Das reicht auch nicht. Dank des Betroers. Hab ich doch gesagt. Aber wenn die Kaskade jetzt nicht reicht. Deswegen habe ich Angst vor normalen Pokémon. Die sind so tanky. Komm schon. Max hol. Ja. Umkehrung gab es seit der fünften Generation. Okay. Sind wir noch sicher. Alter, ohne Bedroher wäre das jetzt echt RIP gewesen. Tja, hätte es jetzt Hochmut gehabt, wäre das schlimm gewesen. Ja, aber es lohnt sich im 1 gegen 1 überhaupt nicht. Sag ich. Ja, aber. Was anderes hätte ja nicht sein können. Weil Bedroher hast du ja sowieso. Ja, ja. Ich kann ja, Hochmut gibt es noch gar nicht. Gibt es auch erst eine Fünfte? Gibt es auch erst eine Fünfte? Ja, das habe ich geschaut. Jetzt hätte ich mich gerne, das per TV und einfach Hochmut zu geben, als ich die rummachen habe. Aber die Fähigkeiten gab es nicht. Und wie ihr selber zwei Stellen war mit doof. Ich habe mich auf einen Kampf mit mir gefreut. Das ist doch schön, dass kein Pokémon das entdeckt sein kann. Oh Gott, das kommt jetzt. Ein Relaxo. Oh, Relaxo. Oh, ein Relaxo. Ein Schaneri. Ja. Oh, das ist aber auch nervig. Ja. Ja. Aber es hat eben so kaum Angriff und ich denke jetzt nochmal. Aber es kann natürlich ein Lonerblitz lernen. Aber wie wahrscheinlich, also ich denke mal, die Sätze sind alle schon fortifiziert. Das heißt, egal welches Pokémon du mitnimmst, der Gegend hat Schaneri und hat folgende Attacken und so. Deswegen denke ich nicht, dass es ein Anti-Garados-Set ist. Das heißt, ich denke, ich kann's Geowar. Wenn's dumm ist, kannst du Plexi. Aber es wird auf jeden Fall die Kaskade tanken. Es wird auf jeden Fall zwei oder drei Schläge aushalten. Nevermind. Ist das ein Crit? Ist das ein Crit? Das ist ein Crit. Das ist doch was von einem Crit. Nein, das war nochmal. Was? Es hat keine Evoliten. Stimmt, wenn's keine Items gibt. Also es gibt's keine. Das wär jetzt ein Evoliten-Pokémon. Dann hättest du auf jeden Fall getaggt. Und viele Verteidigungs. Ja gut. Stört mich jetzt auch nicht. Leben, ja. Also. Ja komm. Ja komm, gib mir das, Chancey. Gib mir das, Chancey. Immer in mir, 12 Minuten, ne? Das war jetzt echt schnell. War echt schnell, ne? So kann's weitergehen. Ja, wir bekommen wieder Punkte und wieder ein GP. Ich mach's für die Punkte und so. Kann ich immer noch mehr als dm holen, obwohl ich es immer noch weit nie ausgegeben hab. BAM 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 Vor allem mit zwei Garados zu spielen, Doppelkampf wäre voll böse, wenn ihr Angriff hatten und es zwei sind. Stimmt, hast du zweimal. Das ist nicht so. Dann hätt ich aber einen Wahlschal und ein Wahls, äh- Dings drei, Garados. Wand, oder? Genau. Auf jeden Fall, Leute. Am nächsten Mal geht es hier weiter. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Wir sehen uns dann beim TIEP von TIEP-Gayst. Bis daheim. Tschau. Tschüss. Vielen Dank.